Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Falls ihr neu seid und gar nicht wisst, was ich hier mache, ich zeige euch immer jeden Morgen den neuen Fortnite-Shop. So nämlich auch heute, der kommt schon in wenigen Sekunden raus. Falls ihr also hier noch nicht abonniert habt, lasst natürlich gerne ein kostenloses Abo da. Einfach mal jetzt schnell runter scrollen oder abonnieren klicken, um hier keine neuen Skits mehr zu verpassen. Und dann schauen wir mal, was da heute so reinkommt. Und oh, was zur Hölle. Alter, sind das gleich vier Lackierungen auf einmal. BestiCore Lackierungspaket mit auch vier verschiedenen Lackierungen. Starten wir direkt mal mit dem BestiCore Skin. Das ist so ein Tier-Skin, der vier verschiedene Styles hat. Und zwar bekommt man die alle gleich kostenlos dazu. Das heißt, man kauft wirklich für diese 15 Euro alle vier Styles. Dazu gibt es auch noch eine Hacke, die auch ebenfalls vier verschiedene Styles hat. Und dann natürlich noch der Gleiter, und zwar der Benzin. Auch der hat vier verschiedene Styles, die sich jetzt allerdings nicht so krass unterscheiden. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch eine neue Lackierung dazu. Und zwar das BestiCore Lackierungspaket mit gleich vier verschiedenen Waffenskins, die sich sogar mehr unterscheiden, als ich erwartet hatte. Also das ist nicht nur eine Umfärbung, sondern die sind anscheinend wirklich jeweils anders gemacht, was ich ziemlich gut finde. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mal und schauen uns mal hier die Modelle an. Okay, das ist das Nashorn, würde ich sagen. Ja, schaut ganz cool aus mit diesem Blau als Grundton. Dann den Schakal. Oh ja, das gefällt mir. Schaut gut aus. Dann als nächstes den Jaguar. So ein bisschen dunkelgrau als Grundfarbe. Schaut auch schick aus. Und als letztes dann der Löwe. Hm. Okay, das ist, finde ich, die schwächste Lackierung bisher. Die anderen drei fand ich auf jeden Fall stärker. Besonders den Jaguar finde ich ziemlich cool. Dann werde ich mir direkt mal holen hier. Und natürlich werde ich auch heute wieder 1000 V-Bucks an meine Abonnenten verschenken. Das heißt, also wenn ihr heute 1000 V-Bucks hier bekommen wollt, alles was ihr tun müsst, ist einfach nur ein Abo da lassen. Also jetzt kurz runterscrollen und diesen Kanal hier abonnieren. Dann dem Video einen Daumen noch umgeben, also ein Like da lassen. Und als letztes heute ein Hashtag BestiCore. Also wie das Paket hier heißt, ein Hashtag BestiCore in die Kommentare schreiben, um dann heute hier 1000 V-Bucks gewinnen zu können, um euch dann was Schönes im Shop zu holen. Also hier einfach Abo da lassen, also diesen Kanal abonnieren, Daumen noch um und ein Kommentar mit dem Hashtag BestiCore, um hier am Gewinnspiel teilzunehmen. Den Gewinner von gestern seht ihr übrigens jetzt hier eingeblendet. Ich hatte ja gestern auch V-Bucks verschenkt. Eigentlich immer, wenn es was Neues gibt, verschenke ich hier mal ein paar V-Bucks an euch. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der dunklen Vorhut, der weiblichen Version von dem damaligen Battle Pass Skin. Ich finde, die sind leider ein bisschen ähnlich. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht hier nicht orange ist, wie der andere Skin auch, sondern sich noch ein bisschen mehr abhebt. Aber so auf jeden Fall trotzdem ein cooler Skin mit einem ziemlich nice Backpack dazu. Da haben wir dann noch die beiden Space Shuttles drin. Einmal das Weltrumlandegerät, einmal das dunkle Shuttle und dann auch das helle Shuttle. Beide auf jeden Fall richtig geile, geile Gleiter. Also eins der beiden Space Shuttle würde ich mir auf jeden Fall holen. Ich persönlich finde das Dunkle jetzt ein bisschen cooler als das helle, aber das ist halt Geschmackssache. Kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer könnt ihr auch gerne meinen Creator Code... Oh, mein Creator Code ist gar nicht eingetragen. Creator Code Snoxy eintragen. Wie ich es hier geschrieben habe, einfach Snoxy dort in das Feld eintragen, wenn ihr mich hier supporten wollt. Dann machen wir weiter nämlich mit dem Abstrakt Skin, diesem Sprayer. Den Backpack finde ich jetzt persönlich nicht so cool. Dann haben wir noch geschmeidige Moves. Ja, mit einer coolen Melodie. Als nächstes dann die Kuppelhacke mit diesem Sound. Hm, finde ich optisch jetzt nicht so krass. Als nächstes dann den Wolkenschlagsgleiter mit der animierten Oberfläche hier. Ja, ist eigentlich ganz cool. Ich mag solche, ich nenne es mal Special Gleiter, die mal so ein bisschen anders sind. Der Preis ist natürlich trotzdem ziemlich teuer dafür. Als nächstes dann Schnorchelops, richtig, richtig geiler Skin. Kann ich sehr empfehlen. Und als nächstes dann knochenlos für 500 V-Works. Die Armknochen, ja. Und jo, das war es dann schon zum heutigen von der Shop. Wie gesagt, falls ihr auch heute wieder 1000 V-Works gewinnen wollt, alles was ihr tun müsst, um die V-Works zu bekommen, ist einfach nur ein Abo dazulassen. Also diesen Kanal hier schnell zu abonnieren. Jetzt erstmal kurz runter scrollen und auf Abonnieren klicken. Dann dem Video einen Daumen hoch geben und als nächstes ein Hashtag BestiCore heute in die Kommentare schreiben, um hier die 1000 V-Works gewinnen zu können. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und rein. Tschüss.